Ich habe mich für den Beruf der Altenpflegerin entschieden, weil dies ein Beruf mit Zukunft ist und ich nie arbeitslos werde. Ich habe auch vorher schon verschiedene Praktika in anderen Heimen gemacht. Dann habe ich ein Praktikum bei Corsana gemacht und dort wurde dann eben nach meinen Vorstellungen, wie ich es für richtig halte, auch gepflegt. Der Beruf der Altenpflegerin ist sehr vielseitig, weil es verschiedene Aspekte gibt. Einmal den medizinischen Aspekt, wie zum Beispiel das Blutzuckermessen, aber auch den menschlichen Aspekt. Ich arbeite in einem tollen Team. Mir gefällt das da alles super gut. Wenn es irgendwie mal Schwierigkeiten gibt, dann helfen alle mit. Es ist für mich wie eine zweite Familie. Meine Zukunft stelle ich mir bei Corsana vor. Ich werde auf jeden Fall übernommen nach meiner Ausbildung. Ich möchte auch gerne bei der Corsana Akademie meinen Wundmanagerschein machen. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben, weil ich hier auch eine Mentorin gefunden habe, die mittlerweile schon fast wie meine beste Freundin ist. Bei bettlägerigen... Oh Gott, ich kann das nicht. Oh Mann! Haha! Mhmねぇ